Und damit herzlich willkommen zurück bei Blue Reflection. Heute können wir endlich mal mit Chihiro reden. Hoffe ich mal. Ich habe es auch nicht geguckt, aber ich gehe mal davon aus. Wir haben sonst auch keine weitere Mission. Wir müssen zum Courtyard. Mal schauen. Noch vorher einmal speichern. Nicht, dass ich irgendwas verkacke. Vor allen Dingen habe ich irgendwo noch ein Item gefunden gehabt. Das habe ich völlig vergessen mittlerweile. Was sonst? Perfekt gegeben hat. So, ja. Du willst doch mal. Was willst du denn? Uh. Alles nicht gut. Witch Charm geht runter. Stress geht hoch. Ja. Halt den Sieg haben wir. Nichts Neues. Arcus Journal. Uh, ja. Nein, das war unser erstes. Das war das zweite. Das muss etwas Neues sein. Shirai, Yuzuki, and Lime, the three reflectors, read Magical Girls, are true heroes. They've been fighting to protect our school and students in secret, most recently fending off an attack from a giant savior and rescuing us from crisis. I witnessed the battle first hand and was profoundly impressed at the beauty of their magical outfits and the uniqueness of their weapons. If you are worried about missing out on the excitement, worry no more. This intrepid reporter will attend every battle and report all of the glory details. Gory details. Glory trifft es auch, aber Gory ist, ja gut, klar. So, wir haben, haben wir hier mal irgendwas, irgendwas, da, rin. Guck mal. Ah, da genau. Uh, Hinako, today was the worst. What happened? First I got popped in my face with a ball while I was practicing. Ouch. And then? Then I tripped while I was running. And we were out of bandages. So that was a bad time. Wow, that's depressing. Right? And then? The cake I was planning on having after school was out of stock. I'm cursed today. Oh no, that's the worst. I'm sorry. Okay, beschissener Tag, ja. So klingt das. Nö, mehr haben wir nicht. Guck mal. Irgendwo konnten wir das doch immer sehen. Wenn da oben was Neues war. Nö, okay. Gut, dann versuchen wir jetzt endlich mal mit Chi zu sprechen. Chi-hi. Facility, Courtyard. So. Chi-chan. Wo steckst du? Nein. Nein. Da ist sie. Wow, endlich. Hmm. What's going on, Chi-hiro? You look like you're worried about something. Hinako. To be honest, I want to be more assertive. Assertive? I want to be able to convey my feelings better. I see, you want to be able to assert yourself emotionally. Hinako. What should I do to be more like you? Like me? Yeah. Yeah. Hmm. I'm not really aware of anything I'm doing to convey my feelings. I also think practicing speaking to people might be too high of a hurdle for Chi-hiro to clear right now. What would be best? Oh, I know. Poor. Hmm. Read a book on positive thinking? Read lots of books for more perspectives. Ah, ich glaube, wir sollten sie dich überfordern. Wird das? Hmm. How about reading a positive thinking book? Hmm. I think you're not able to assert yourself because you're focusing too much on the risk of failure. So, if you start thinking more positive, you might be able to focus on the good instead. That'll help you act more assertive and you'll be able to convey your feelings better. Okay, I try it. Hinako, thank you. You're welcome. Hmm. Mal schauen. Yo. Growth Points. Incoming. Können wir einmal hier. Zack. Nichts gelernt. Tranquil Arc und Proud Oak. Zwei Support-Fähigkeiten. Und kein Skill. So, was haben wir denn da für ein tolles Fragment? Mal gucken. Rival Appreciation. Ach, stimmt. Das habe ich jetzt aber damit gelingt. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Weiß ich noch nicht. Positive Thinking. Luck Boost. Increases Targets luck for a certain period of time. Das ist gut. Wo ist denn unser toller MP Recover on all? Da. Uplifting March. Positive Thinking. Luck Boost. Incoming. Juhu. Sehr schön. Okay, das haben wir fertig. 25 von 99. Ja, das kann auch ein bisschen dauern. So, jetzt haben wir keine Missionen mehr. Death Marcher. Maybe I'll do some research on it once I get home. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Außer. Mal gucken. Läuft sie hier irgendwo rum? Hallo? Fragen wir mal Sarasa. Sie sind ja beide in derselben Klasse. Sarasa? What's wrong? Why are you making that face? Oh, Hinako. To tell the truth, I kind of got hurt. What? Are you okay? It's not that bad. It doesn't hurt enough to keep you from dancing. And it'll be better by the competition. They said that I shouldn't dance until it's fully healed. But still, I can relate. It's so frustrating. I want to practice, but I can't. Don't worry about it too much. Healing is the most important thing right now. But the competition? Who cares about the competition? What are you saying? If I don't do well, there I... At least you can still dance. Even if you don't compete. Take the time you need to heal. Oh my God, Hinako. I'm so sorry. No, it's fine. I understand how you feel. Thanks. Is there anything that I can do for her? Oh. Hmm... Jetzt hätten wir die meisten offensiven Geschichten hier. Mal gucken, was es bringt. Come back, Impatience. MP Recovery. Recover Skill uses MP. Haben wir da noch irgendwo einen... Nee. Das ist gerade schon ein bisschen störend. Irgendwer bohrt da. Hmm. Kann sein, dass ich die Aufnahme-Session gleich mal abbrechen muss. Nach der Folge. Das ist nämlich nicht toll, wenn im Hintergrund eine Bohrmaschine läuft. Auf einen Sonntag. Ah. Hmm. Womit verlinken wir das denn? Ah, machen wir es mal mit dem Bear Whisperer. Wo bist du denn? Da. Okay. Bonds with Friends. Mehr haben wir, glaube ich, nicht. Nö, immer noch nicht. Gut. Gut. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Sollen wir sie erst mal bis zum Maximum pushen? Oder sollen wir mal gucken? Bei den anderen. Was? Oh. Wir können gar nicht mit ihr sprechen. Mit wem sprechen wir denn? Hmm. Nehmen wir Arco? Oder Chihiro? Naja, ich glaube, ich konzentriere mich auf Chihiro. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Habe ich gerade einen kurzen, kleinen Blackout. Genau. Ich wollte ins Handy gucken. So. Dark Cave. Damit haben wir es abgeschlossen. Oh, wir können auch mal Witz einmal steigern, bevor es zu Ende ist. Und wir haben neue Musik. Oh. War das das hier? Oh. Ah, die Musik ist echt toll. Gut. Gehen wir mal zu Chihiro. Sie müsste jetzt ja immer im Courtyard sein. Hoffentlich. Chihiro. Hallo. Hm? Hallo. Okay, wir können mit gar keinem reden. Arco. Arco müsste vom Broadcasting Raum sein. Oh. Ja, ich hätte auch gleich in den Flur gehen können. Ja, da Cave. Warum, zu was du dich entwickelst, oder was du machst? Nein, 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 nein. Sorry. Okay, da lang. Next. Yamiakuru, who stared at you the entire time, left for the Dark Cave. Some time has passed, and your Dark Cave bound monster is... Working as a Prime Minister appointed by the King of Monsters. It looks like it's at peace in the cave, but it's watching everything like a hawk. Yamiakuru, position Dark Caves, Prime Minister. Cave depth, deepest. Difficulty, hard. Thanks for playing. If you can't make the monster evolve into its final form, why not try the opposite? Da kriegen wir zwei Werte hoch und zwei Werte runter. Ich glaube, Stress muss runter sein. Ich glaube, da muss ich mich auch nochmal informieren. Ich will das nochmal auf höchste Level schaffen. Akku, hi. Was? Okay. Scheinbar können wir mit keinem der Mädels heute was machen. Das heißt, ja, wir müssen nach Hause gehen. Ja. Böse Kamera. Ich glaube, das ist das zu nehmen. Ich weiß nicht, was ich gesagt hat. Ich weiß nicht. Was? Ich weiß nicht. Das ist das. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ah, das ist wahrscheinlich, ja, jetzt die Deadline quasi. Ja, das frag mal Publisher. Ja, statt normalen 160 Stunden? Ungefähr, ja. Die Deathmarche klingt so schrecklich. Ja, allerdings haben wir lange nicht gemacht. All right, now I'm ready for tomorrow. I wonder if Fumio's okay. I should check up on her at school tomorrow. Okay, dann ab ins Bett. Time to get out. Okay. 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 . Okay. 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 Taya-chan ist schon sehr viel Arbeit, wie es da ist. Was ist das? Ich wusste, das stimmt. Ich glaube, Taya-chan ist schon sehr großartig. Aber ich glaube, dass es etwas Slump ist, wie es gut gemacht wird. Ich weiß es. Ako, ich danke dir, die Informationen zu tun. Wie ist es? Ah, natürlich will sie was dafür haben. Was? Wieso traue ich das Leim sogar zu, dass sie das kann und macht? Wo bleibt das Taskkittel? Ich denke, dass ich es nicht so gut fühle, aber... Hä? Warum? Ich glaube, wenn ich nicht so gut gehen kann, dann könnte ich mir das Gefühl haben. Aber es ist auch so schrecklich. Ich denke, ich denke, dass ich mich nicht so gut fühle. Das ist so. Ich glaube, dass Lime ein Plus ist, aber... Lime! Du sagst das wieder! Ja. Ja, live ist das gut. Also, Hina-chan ist das so. Ich kann mich so sagen, dass ich etwas beurteilen kann. Ich kann mich so sagen, dass ich mich so sagen kann. Ich weiß, dass ich mich so sagen würde, dass ich mich so sagen würde. Ich bin nicht der Fall, oder? Desmarche... Ich werde das nicht verlassen. Ah, ich will, was ich? Ich denke, ich werde mich auf den Druck bringen. Aber das ist gut. Ich denke, ich habe keine Frage, oder? Ich denke, ich habe die Zeit, oder? Ich würde es erraten. Ich würde es nicht mehr so, dass ich es nicht mehr, sondern ich habe es den Kopf. Wenn ich an den Pianos mit verschiedenen Pianos benutze, dann würde ich sehr lange funktionieren. Ich würde es nicht mehr so, dass ich es nicht mehr so, dass ich es nicht mehr so. Ich würde es nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so, weil ich mich nicht mehr so. Das ist jetzt ein Wichtiges. Ich habe keine Wichtigkeit. Ich habe keine Wichtigkeit. Mio? Ist das okay? Ich habe keine Tension, aber... Ich bin immer so wie ich. Wie ich meine Frau, die ich mir erwartet habe. Ich bin immer so wie ich. Oh nein, die Augen. Das haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Das ist die Frage. Ja, Stress pur. Hoffentlich, ja. Ja, ich kann ihn natürlich nicht speichern. Das ist sehr ungünstig. Aber, ja, ich guck mal, wie ich das gleich mache. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Macht's gut. Ja, ich guck mal. 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 Ja, ich guck mal.